Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Glas sofort nachgefüllt wird und wegen der Unerleglichkeiten gehen Ihre Mahlzeit auf Slappies. Sie freut sich wohl. Und da wäre noch was. Bei Ihnen habe ich jetzt Schluss. Ich warte auf Sie draußen auf dem Parkplatz. Dann werde ich Sie aufbrechen wie ein Hirsch. Ich warte auf Sie draußen auf dem Parkplatz. Dann werde ich Sie 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 auf dem Parkplatz. Ich habe meine Bücher und habe nicht erscheinen, ob ich die in den Kassen oder die Bündung gehen soll. Dann habe ich jetzt keinen Nerv. Entschuldigung. Nach der Entscheidung habe ich eine neue Wohnung und mache ein bisschen helfen. Nein. 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 Nein.